Hallo, mein Name ist Filina Hommel und ich bin Pfarrerin in Weißenfels Mitte. Ich wünsche mir, dass die EKM eine bunte und vielfältige Kirche ist, wo für jeder Mann, aber auch für jede Idee die Tür offen ist, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann, sich in seiner Unterschiedlichkeit stehen lassen kann, wo man verschiedene Glaubenserfahrungen miteinander teilt. Eine Kirche, wo man gemeinsam unterwegs ist, auch wenn man an verschiedenen Orten ist.